Weltklasse-Botschuss! Ja, nun geht's weiter. Wartet mal, ich schalte den Fernseher mal auf. Und so. Und wir spielen jetzt zum komischen Team-Team. Machen wir weiter zu der Fernseher. Der passt schon so gut wie mein Altersspiel stand. Und Paraguay, Dänemark, Frankreich, Mexiko, Slowenien. Was haben wir denn Paraguay? Gewinne... Und kriegst du den Spieler aus? Ach scheiße. Und kriegst du den Spieler aus? Ach scheiße. Hm. Ist das schwer. Ich mach's neuer und die auch. Oh. Das ist nicht schwer, den Keeper auszuprixen. Na 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 na. Probieren würde ich sagen. So. Die fünf Spieler sollten jetzt... Na. Also echt sagen, erstmal dich auf Sieg. Also erstmal Tore schießen. Und sagen kann ja auch die Spieler auszuprixen, wenn man sein muss. Für Paraguay ist eh ganz gut. Die Grenze freuen sich auf die Partie. Oh ja, der Neue. Die zwei Kommentatoren freuen sich auf. Der eine heißt Paraguay und der andere heißt Sebastian Herrmann. Richtig, ich komme ich mit dir Tom auf dieses Spiel. Die beiden guten Mannschaften. Wir hätten hier einiges. Hoffen wir, dass sie das halten können. Ich bin mir da ganz sicher, das wird sicherlich eine sehr spannende Richtig. Wir freuen uns auf ein tolles Freundschaftsspiel. Das ja die Fans so richtig interessiert. Die Einmannschaft ist heute eigentlich nicht der Favorit. Wenn man nach den Namen geht. Ich bin ganz schön, hau drauf. Ich bin ganz schön, hau drauf. Bataaa, nananan. Das bleibt nicht. Das ist nicht fair. Nicht fair. Habe ich gesagt? Also. Ja, die Fans freuen sich. Aber ich nicht. Ich bin auch nicht. und der Name Schapsspinchen wieder, also irgendwie glaube ich echt ja und was ist jetzt mit den Wiefer-Jummen los? und es ist wichtig, die Flügel zu besetzen, über die Außenposition zu spielen jetzt müsste eigentlich Klasse, der Weltklasse kommt Schluss noch muah es ist noch heiß, noch heiß es ist noch heiß aber ich finde es dann nicht nüßig dass der Torhüter mit den Fingerspitzen noch hinkommt der Torhüter Boah, deine zwei Chancen hintereinander vereitelt, ich bin beeindruckt Oh, das gleiche Spiel nochmal Ecke Scotty TOR wieder rambazaba ja TOR wenigstens TOR 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 zweimal da zusammen aber das kann auch und der Ball hervorragend ab und er hat wirklich nicht viel gefehlt ja nicht viel gefehlt Scotty und mit dem Sprint verschafft er sich die nötigen Räume und so wie du ja auf dem Winkel das ist unglaublich da war die freigeschlichen in dem freien raum prüft den Torwart an und der meister den Ball neun traurig was du getan tun solltest hast du falsch faul hören Geld dann wird schärft auch nur schade ich möchte von der Mitglieder das ist ein sehr gut gemacht dann geht es und noch ein das Wort sie kommen noch ein weiterer aber warum nicht mann ja ja mann ja das dauert nicht so in seiner Form ja der Kipper diesen Ball aber die Die Fußposition war natürlich auch ungesinnt. Scotty, der dritte, Anlauf. Schade. Äh, abgefällt. Naja. 1-1 Eto, Eto, Eto. Eto, 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 Eto. Eto, 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 Eto. Aus! Na, da könnte ich möglicherweise jetzt eine Gelegenheit aus diesem Eckball herausfinden. Was soll das? Die hab ich wirklich abgeschossen. Scotty! 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 Ah, Sklargovic. Super Ende, oder? So, jetzt kann es sich im Prinzip einbeziehen. Das ist ja. Es ist gar nicht. Oh nein, das gibt's doch nicht. Ja, eine Tor. Äh, äh, ja. Oh, das ist scheiße, ja. Oho, weg hier. Oho, weg. Weg. W, T, H. Weg. 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 Naja. Es halt, es... die stimmende Mannschaften liegen meines Erachtens völlig und über solche Gutgeber der Klaminer noch, oder? von Slowenien Ne Subakai Ich glaube jetzt der Klub ist Slowenien und das letzte Mal war Subakai stimmt nein, egal 2 geht es nicht genau und krass, wie er sich da im Zweikampf verhält der Klaminer und der Klaminer ist gut, der ist lang und der ist lang und der geht alles unter ich glaube, muss ich weg ausführen, wenn ich nicht sprünte der trifft doch nie auf den Winkel ja Boah, Superkippa, echt geil Boah, Super! Super! Nüte denn um! 1 1 1 1 1 1 1 2 Es ist aufgedreht oder weg die 1 1 2 2 doch nicht dahin Ein Ruf für Paraguay. Ein Ruf für Paraguay. Ein Ruf für Paraguay. Hier vorne, Eto Lauf. Schade. Ah, klappe Aktion. Also dass der Ball ankommt würde... Nein, nein, nein. Sorry. Nein, nein, nein. Scheiße. Achtung, schau dich mal diese Schusskraft an. Mensch, unglaublich. Also wenn Sie mich jetzt fragen, wer hier als Sieger vor Platz geht, ich sag's Ihnen, ich weiß Ihnen nicht. Und jetzt geht auch mal ein Zweikampfzeichen. Oh, jetzt blockt der dir bei. Und deswegen kam er doch rechtzeitig dazwischen. Gondi. Was? Was? Was war das? Was war das gerade? Hä? Mal gucken. Der Ball geht an seine Hand. Geht an die Latte. Geht an nochmal die Latte. Hä? Latte, Latte. Bleibt da hängen. Im Netz. So sieht es aus. Sundi. Top. Und er freut sich. Das war zu gefährlich. So, jetzt musst du diese Führung irgendwie über die Zeit bringen. Bah. Naja, Sundi ist halt. Gut. Könnte nichts sagen. Ach. Ich sehe, wo der spielt. Wenn Schatzschweifel bitte die ganze Ahnung, scheiße, ist das dann angekriegt. Dann hält er diesen Schuss auch noch. Schock. Ganz souverän. Und er läuft nicht weit. Ton Kieber aus Drixen. Der ist am Ball so stark. Ohhohoho. Oh, Sundi. Sauber, Junge. Sauber. Sauber, Junge. Ja. Der hat echt der Betroff. Noch mal angucken, Mann. Das müssen wir nochmal anschauen. Hier, der unnötige Trick als erstes. Wo so unnötig war er nicht. Dann. 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 Zur Seite. Noch einmal den hier. Und. Früh. Aber wirklich. Keiner ist ins Tor gegangen. Alle gehen auf den Spieler. Keiner ist ins Tor. Dieser Spieler da oben. Der da hinten, ne. Der obere von den dreien müsste doch jetzt eigentlich ins Tor gehen. Aber nein. Er geht weg. Und so ist es Tor frei. Und Sundi macht das Ding. Und. Torwart ausgespielt. Ja. Ja. Wir sagen Goldgott. Und. Oh. Ich muss noch mehr Torwart ausgespielt. Oh. 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 die sich in der Nummer Kortzau Nikot zu genau der war es in der Kopfballer in Part Nummer 3 das Spiel macht Laune doch nicht manche eine Pause dann hat er ein paar zu langsatzschüttel Bis zum nächsten Mal.